Und haben die gespr... Oh, guck mal hier. Wer hat denn solche komischen Dinger da gemacht? Pünktchen. Ach du meine Güte, was ist das denn? Und dafür, Eidolf, bezahlt er mich mit einem Auto. Eidolf, wie geht's dir? Hast du dich erholt? Mir geht's gut. Der Rücken tut mir ein bisschen weh. Rücken? Da hab ich doch gar nichts gemacht. Wenn ihr euch fragt, warum, Eidolf hat mein Auto zerstört. Zerstört? Hallo, der Gutachter war hier. Weißt du, was die machen wollen, Eidolf? Die wollen unten Schwelle abschneiden. Bis A-Säule eventuell. Der guckt sich das an noch. Weiß ich, was für ein Programm die da haben. Es kann sein, dass das ganze Stück erneuert werden muss. Ja, du kriegst doch Geld. Ich weiß ja nicht, wie viel. Irgendwas wird da ja schon rauskommen. Ja, und wenn ich wenig kriege? Egal. Choschgeld ist bei Kfz. Es ist schön, dass die eingeschaltet haben. Ja, das hab ich vermisst. Auf dem Weg nach Deutschland, in der Türkei, hab ich ja gesagt, ich muss schnell zurück. Auf mich warten ein paar Pakete. Zu viele Pakete, Eidolf. Oh ja. Freut euch auf jeden Fall. Warte, da hinten geht's ja noch weiter. Ja. Auf das freu ich mich. Ich sag nur, getriebespielung-mäßig so. Vielleicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich hab einen neuen Sponsor. Autoteile-Werkzeuge.de. Die haben eine Eigenmarke TEPCO. Hast du gerade TEPCO gesagt? TECCO. TECPO. 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 Ich schaff das immer, ne? Aber das ist schon Tradition, ne? Das ist traditionell bei dir, ne? Ja, ja. Neuer Sponsor, ich sag's immer falsch. Änderst du's immer irgendwie ab? Dann hast du so deine eigene Art und Phase, wie du's sagst. Aber die haben so geile Werkzeuge, so viele geile Sachen. Und die spart 5% mit dem Code Kfz. Ist aber unten alles verlinkt. Ganz kurze Geschichte, worum es eigentlich geht in diesem Video ist, ein Abonnent von mir schaut meine Videos, feiert mich. Er meint so, bitte, bitte, nimm mein Auto, mach was daraus. Verschödern den ein bisschen, mach TÜV. Er hat massiven Ölverlust. Da muss ein bisschen lackiert werden und, und, und. Und ich möchte mehr PS haben. Ist ein 325 Cabrio. Ich hab gesagt, ey, ich hab echt keine Zeit. Nach zwei, drei Monaten melde dich nochmal. Dann hat er sich nochmal gemeldet. Dann hab ich nochmal gesagt, tut mir leid, ich hab jetzt gerade Dreharbeiten. Dauert wieder, melde dich wieder später. Hat er wieder gemacht. Und irgendwann waren wir uns so sympathisch, hab ich gesagt, ey, weißt du was, komm. Normalerweise mach ich das nicht. Bring das Auto und ich guck, was ich damit mach. Wir werden sein Auto nehmen. Da müssen ein paar Sachen lackiert werden. Ölverlust hat das Ding. Auspuff sollen wir uns anschauen, meint der, ob wir da was machen können. Und mehr Leistung. So einiges müssen wir dran machen. Und dafür, Ayros, bezahlt er mich mit einem Auto. Und das reicht? Also er hat den Wagen schon nach Tugay gebracht, also zu ehemalig Team Haslak. Die heißen ja jetzt Lackier-Manufaktur heißen die jetzt, glaube ich. Also Team Haslak. Ja. Den holen wir ab. Kommen hier wieder in die Werkstatt und gucken uns den Wagen an und gucken, was wir alles machen müssen. Okay. Wird interessant. So, da steht das schöne Ding. Hi. Tugay, wie geht's dir? Gut, aber selbst. Auch gut. Von Team Haslak, der mein Mercedes lackiert hat. Tugay, erzähl, was habt ihr jetzt bei dem schönen E46 gemacht? Also beide Kurzflügel haben wir lackiert, Motorhaube haben wir lackiert und vorne die Stoßstange. Vorne die Stoßstange. Vorne die Stoßstange. Bei der Motorhaube hatten wir ein Problem gehabt, hast du gesagt gehabt? Genau. Da war eine ganz dicke Schicht Spachtel drauf. Ja, wir haben den ein bisschen rausgezogen, sodass da weniger Spachtel drauf ist und ich hoffe, es hält lange. Also es wäre besser, wenn ein gebrauchte Motorhaube eine saubere gekommen wäre oder ein neues. Genau. Wir haben jetzt das Beste draus gemacht. Motorhaube lackieren und die Stoßstange. Dann haben wir gesagt, sieht blöd aus. Kurzflügel lackieren wir mit. Team Haslak heißt ihr nicht mehr? Ihr heißt jetzt? Die Lackmanufaktur. Die Lackmanufaktur. Genau. Also jetzt machen wir mehrere Dienstleistungen. Kfz-Bereich, Abschlepp-Service. Und den Namen cool. Tugay, wir sehen uns ja so bald. Audi A6, was Eidoschapler gemacht hat. Ja. Seitdem ich sie vermisst, weißt du ja. Natürlich haben die schon Feierabend, die haben auf mich gewartet. Jetzt nehme ich den Wagen erstmal mit und dann geht es weiter. Tugay, du weißt das, der kriegt noch ein bisschen Leistungssteigerung. Genau. Den Buran hast du kennengelernt? Habe ich kennengelernt. Ein ganz netter Junge. Ja, der feiert dich auch. Er kennt die ganzen Videoreihen. Ja. Er meinte auch Hammer. Aber er feiert am meisten Flash. Ja, Flash ist unser bester Mann. Ja, den werden wir nächstes Mal sehen. Ja. Ich habe jetzt gute 300 Kilometer vor mir. Und danach fahre ich den. Mal gucken, ob ich irgendwas merke an dem Fahrzeug. Ob der gut zieht oder nicht. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir den auf der Bühne haben. Was für Sachen der noch hat. Hier nochmal. Riesen Dankeschön an Tugay. Und Tugay, wie sehen wir uns? Wir sehen uns dann. Spätestens mit dem A6. Spätestens dann. Und dann checken wir deinen A6. Er hat so einen geilen A6. Aber das zeige ich euch noch. Das ist Wahnsinn. Ehrlich geiles Ding. Danke. Wir sehen uns zum Witten. Da bist du ja wieder. Ich bin zurückgekommen. Ich habe den gefahren. Ich kann dir nur zwei Sachen sagen. Erstens. Der lässt sich super fahren. Zweitens. Massiven Ölverlust hat das Ding. Echt jetzt? Aber richtig. Das Auto stinkt. Und ich musste ein Liter Öl reinfüllen. Ihr glaubt gar nicht, wie geil diese Leuchte ist. Die ist auch noch. Hier ist natürlich Magnet. Ist ja klar. Aber was ich geil finde, das hier. Tausend Blumen. Pack das mal bitte an. Ist aber schwer. Weißt du, was geil ist? Was machst du? Ach, sorry. Ach. Ey, hör jetzt auf. Sorry. Das Ding ist so robust, das ist nicht normal. Der hat so eine Schutzhülle Eidosch. Und dann noch hier Silikon verpackt das Ganze. Das Ding ist Wahnsinn. Und du kannst es immer wieder... Ey, jetzt hör auf. Pfeilen lassen. Und dann passiert immer noch nichts, ne? Ja. Ich kann euch nur empfehlen. Hammerwelle Werkzeuglampe. Und das Geile ist, das Ding kostet nicht viel. Okay. Und dann kriegt man noch Rabatt. 5% noch Rabatt mit Kfz? Das ist stimmt. Sollen wir mal einen Vergleich mit einer anderen Lampe machen? Komm. Mach ich mal jetzt. Einmal. Ey, was machst du? Okay, dann einmal schon. Einmal fahren ist schon. Okay. Ey, wir brauchten ja nur übertrieben, ne? Okay, das ist aber auch so eine Billiglampe gewesen. Komm, ne. Mach mal noch mit einer. Kann ich? Das Ding ist richtig ab, jetzt? Ja. Dann einmal fallen lassen. Der andere hat nur einmal geil. Kannst sogar da drauf fahren. Drüber fahren? Kannst du ja testen. Kannst einfach drüber fahren. Da passiert nichts. Echt? Ja, hier ist nichts kaputt. Schöne Felder hat das Ding, ne? Mhm. Ja, das ist auch gut. Also Radlagergewäusche habe ich null gehabt. Guck mal, Hirosh. Guck mal das ganze Öl dran. Guck dir das mal an hier. Uff. Guck mal hier, guck mal hier. Ach du meine Güte, was ist das denn? Guck dir das mal hier an. Was ist das? Oh! So kriegen wir auf jeden Fall keinen TÜV. Oh mein Gott, wieso verliert er so viel Öl? Ja. Oh, normal ist das ja nicht, ne? Nein, das müssen wir uns anschauen. Das ist schon heftig. Guck mal hier, guck mal hier, überall. Das habe ich auch. Nee, dann guck mal hier, hat er das schön verbrannt und das habe ich immer die ganze Zeit schön gerochen. Gerochen, ne? Oh, guck mal auspuffern. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, dann haben die ges... Oh, guck mal hier. Was werden solche komischen Dinger da gemacht? Pünktchen. Ja, das ist okay, also... Aber das geht gar nicht. Das hat er mir erzählt, also das waren ja irgendwelche Hobbyschrauber, ne? Also Hobbyschrauber, das hätte ich sogar besser geschweißt. Kannste ja mal probieren. Das musst du ja echt mal nicht lassen. Nein, also ich kann ja auch nicht gut schweißen, von daher... Ja, aber vielleicht bin ich eine gute Schweißer. Hallo, es ist aber dicht. Es ist dicht. Es ist okay. Es ist aber nicht schön. Und die haben das auch schön gemacht, ne? Hier so eine... Ja. Wenn man irgendwelche so Tiere draufgekackt hätte. Ja, das ist schlecht, aber oben ist gut. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen jetzt hier auch keinen schlechtreden, weil... Wir können doch unser neues Schweißgerät mal präsentieren, von Stahlwerk. Also Leute, den habe ich selber gekauft. Ist nicht gesponsert, aber ich muss eins sagen. Service von Stahlwerk ist unglaublich. Wir sind da hingegangen. Ich habe mich beraten lassen, weil mein Schweißgerät ist damals kaputt gegangen. Ist ja auch schon ein halbes Jahr her, fast, ne? Ähm, ne, so lange jetzt nicht. Drei, vier Monate. Ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Und gesagt, das, das, das ist das Beste. Hier, das und dies und jenes. Und dann haben wir das Gerät getestet. Ich habe einen Schweißlehrgang bekommen. Ja. Einen kleinen. Einen kleinen, aber richtig cool, ne? Also ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Also echt super Typen da. Also ehrlich. Und das Ding, ich bin schon seit drei, vier Monaten damit am Schweißen. Ich muss sagen, das Ding ist geil. Ne? Das ist keine bezahlte Bewegung. Also ehrlich, top. Äh, ich finde das nicht schlimm, weil das könnte ich auch gewesen sein, ne? Also ganz ehrlich, das nicht. Ja, ich, ich bin jetzt kein Top-Schweißer. Das nicht. Aber, äh, ich glaube, wir hätten das schon ein bisschen besser hingekriegt. Definitiv. Aber trotzdem, das hält. Ist ja nicht schlimm. Was mir nur schade finde, dass dieser Abstand halt ein bisschen. Findest du? Ja, einfach ein bisschen höher, dann wäre das perfekt. Das geht, das geht ja nicht. Das hat ja gehalten also. Der hat es sehr gut gemacht. Hier ist auch alles dicht. Aber ist natürlich nicht gut geworden. Ist ja auch nicht so schön. Ja, wir machen das vernünftig. Ist ja nicht schlimm. Du kannst ja jetzt schweißen. Du hast ja einen Lehrgang bekommen. Hinterachslager macht Geräusche einlosch. Ich kann hier auch zu 99 Prozent was auch kaputt ist hier. Differenzial-Lager. Hier. Hier. Von hier. Von hier musst du filmen. Differenzial-Lager. Das ist ja Differenzial. Und dieser Lager geht immer oft kaputt. Ne? Und wenn du dann schaltest, hast du dieses Bumm, Bumm. Ah. So, so. Ja. Aber das mit dem Öl ist ganz schlimm. Guck mal, auch am Getriebe hier. Ne? Ja, ich hoffe mal. Überall. Es kommt definitiv von oben. Der hat ja ein paar Krankheiten, das müssen wir uns anschauen. Ölfiltergehäuse, Simmerring vorne. Das müssen wir uns anschauen. Das ist Öl auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Servoöl ist auch klar. Aber das ist Öl. Ja. Es ist viel zu tun, ne? Bei dem. Das sieht so aus, ne? Ja. Die Motorhaube, wie Togai meinte, da war ein Zentimeter Spacht. Das kann ich aber auch bezeugen, weil hier war ein Loch. Das habe ich gesehen. Okay. Also die mussten wir echt viel machen. Beide Kohlschüge wurden lackiert. Stuhlstange wurden lackiert. Da waren auch Kratzer, Risse. Die Risse, glaube ich, haben die perfekt hingekriegt. Also ich weiß nicht mehr, wo die Risse waren. Ich weiß es nicht mehr. Da sieht richtig schön aus. Ich weiß, dass es ziemlich stimuliert aussieht, ne? Ja, vorne sieht schön aus. Also ich finde, Gesamtoptik sehr schön. Aber ihr habt gesehen, wir müssen sehr viel dran machen. Und das Geile ist, wir haben nur 10 Tage Zeit. Er möchte unbedingt zu einem Treffen. Ich liebe solche Herausforderungen. So selbst ja auch nicht angenommen. Er soll doch zum nächsten Treff gehen. Dann hast du mehr Zeit. Ja, nee. Wir machen das schon fertig. Ja. Und was wir an Leistung hier machen, da verrate ich noch nicht. Okay. Wir werden den auf jeden Fall vorher messen. Gucken, wie viel PS der noch hat. Ja. Und danach kriegt er ein Kit. Und dann gucken wir, wie viel PS der danach hat. Auspuffanlage. Ah, der hängt ein bisschen, ne? Ja, vorbei. So schlimm finde ich das jetzt nicht. Aber ich finde, die Schweißnähte gehen gar nicht. Die haben das damals eingebaut. Und das war jetzt Hobbyschrauber. Ist doch okay. Also das Ding hält ja. Ist ja nicht so, dass es nicht hält. Also können wir uns auf so was Schönes freuen hier, ne? Ja. Also gibt es jetzt erstmal so eine ganz mini kleine Reihe, wo wir den hier fertig machen. Ölverlust ist interessant. Das ist, finde ich auch. Ich will das wissen, wo, wo. Ja, das gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Also Ölverlust, das ist das erste, wo wir echt schauen werden. Ja. Und was wir ein Autobier bekommen haben. Oh ja, das ist so interessant. Ja. Ob der Deal gut war oder nicht, werden wir ganz zum Schluss sehen. So, Leute. Die Leuchte. Die Leuchte. Checkt das mal ab. Also ehrlich. Das Ding, das kann ich euch nur empfehlen. Geil. Hast gesehen, wie du das alles... Ich muss einmal unbedingt mal da drüber fahren. Das will ich sehen. Echt? Ja. Komm, wir fahren jetzt drüber. Okay? Aber ich lass den fallen, okay? Jetzt hör... Oh! Der ist angegangen. Warte, der kommt. Warte, du hast ihn aber zerschoben. Jetzt. Das Ding ist... Weißt du, was das Geile ist? Und ich sehe nichts mehr. Weißt du das? Ich sehe nichts mehr. Weißt du, was das Geile ist? Das Ding für uns alles funktioniert noch. Boah, der war aber ein bisschen fester drinnen. Aber ach, es funktioniert immer noch alles. Ich finde es so geil. Freut euch auf geile Produkte von TEPPRO. Kann ich euch nur empfehlen. Ich freue mich auf die Reihe. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr Like. Algorithmus wenn wir hochjagen hier. Und ja, Eidosch, Dankeschön. Gerne. Die blauen Flecken sieht man gar nicht mehr bei dir. Vielleicht komm ich ja morgen wieder. Wer weiß. Oder vielleicht die Tage. Ja, du rumpelst auch schon so leicht. Deswegen. So, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Herr Kraftsitzus. Bis dann haut rein. Ciao. Eidosch, Dankeschön. Bitte. Warum zahlst du mir ein Auto? Ich fahr jetzt mit deinem Fahrrad. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Gib, supercom. Amd. Bis dann. Bis dann. Bist. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018